Heute geht es mal wieder schön auf dicke, fette Eschen. So soll das sein. Wir wollen ein paar schöne Eschen fangen und zwar an der Tunguska, denn da gibt es die ganz besonders schicken Eschen, Alden. Also ab geht es. 400 Gramm Esche schmeckt doch schon, aber wir wollen natürlich auch die richtig dicken Fetten. Und da hieß es vor ein paar Tagen schon, Alden, ich fange die arktische Esche nicht. Wo ist denn die arktische Esche? Und ich bin hier gerade schon am Abend zuvor ein bisschen rauf und runter gelaufen. Wir haben jetzt gerade hier die Morgenstunden. Und ich muss sagen, am ehesten ballert es gerade rein. Hier ganz unten. Guck mal da, nochmal eine ostsibirische. Auch richtig schön, bringt auch richtig gut Silber rein. Auch nice. Also ich bin jetzt gerade hier ganz unten quasi an der Tunguska, fast da, wo die Mündung ist oder eigentlich in der Mündung und lasse den Köder jetzt gerade so halb an der Grenze. Ich würde fast sagen, das ist so dieser Grenzübergang, wo der sich gerade befindet auch zwischen dem Seitenarm, der jetzt hier reinfließt und dann quasi dem Hauptstrom, der dann quasi so rüberfließt. Zack, da geht wieder was rein. Genau in diesem Grenzbereich bin ich und hier lübt es ganz gut. Ich habe auch die ganze Zeit hier erstmal gestanden mit dem Belaya-Setup, also mit einem Setup, was keine tausend Silber kostet. Und habe jetzt gerade erstmal in den Morgenstunden gewechselt hier aufs Ultra-Light-Set. Ich habe mir gedacht, komm Alter, wenn du schon mal eh hier bist, vielleicht ballert der was Dickes rein. So ein UL-Rekord kann man doch mal mitnehmen. Wieso auch nicht, ne? Und von Setup her, vom Set bin ich jetzt hier allerdings ein bisschen dicker unterwegs und ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich nicht nochmal wieder feiner machen soll. Weißt du was? Ich mache es auch feiner. Wenn man schon so viel drüber nachdenkt. Neun Kilo finde ich immer ein bisschen übertrieben. Auch wenn das vom Setup her funktionieren würde, ich gehe mal ein bisschen feiner wieder drauf. 4, ist mir ein bisschen zu. Nehmen wir mal 7,8 erst und dann auch so in kurz, dass wir alles mitnehmen. Testen wir erstmal das kurze 7,8 und dann gehe ich vielleicht danach nochmal in Richtung 5 in lang. Da habe ich ja nochmal ein ganz langes 5,5er. Ansonsten würde ich sagen, so um die 6 Kilo ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Gewicht. Man muss ja auch immer ein bisschen überlegen, wenn hier ein dicker, fetter Lenok vielleicht reingeht oder ein Buckellachs oder so, dann steht man hier schon mal im Schweiß mit solchen Dingern. Nochmal die Bremse runter machen. Das wollen wir ja nicht. So, und wieder durchziehen. Ja, mit dem Gieren, also ich bin ja mit dem Topwater hier unterwegs. Ganz großer Klassiker. Wir gucken mal eben rein. Hakengröße sind hier gerade 8er drauf. Ich glaube, man könnte auch ein bisschen größere Haken verwenden. Durchaus möglich. Bis jetzt bin ich aber ganz zufrieden. Also klappt eigentlich ganz gut. Vielleicht mache ich gleich nochmal ein bisschen größere Haken dran. 8er, wie gesagt, ich finde das, hoppala, das passt auch, glaube ich, ganz gut. So, von der Optik allein. Man guckt sich den Köder an und denkt sich, okay, Hakengröße so in Relation zum Körper. Das ist doch gar nicht schlecht. Von daher passt das. Zack, guck mal hier. Der nächste Lenok. Schön. Der Nasenbär, Alter. Mehr davon. So. Und dann wieder so ein bisschen intervallmäßig eigentlich nur. Also ich ziehe ein bisschen durch. Ich habe hier zwar auch das Gieren stehen. Zack, der nächste. Siehste, sehr schön. Ich habe auch das Gieren hier stehen. Dadurch, dass ich halt eben die Einholgeschwindigkeit ganz hoch gedreht habe und dann einfach nur in kleinen Stößen sozusagen hier reinballern. Na, wo sind die Eschen hin? Esche ansonsten auch immer wieder gut natürlich auf den Spikern. Alles, was so im rosafarbenen oder orangefarbenen Bereich ist. Zack, next. Funktioniert ganz gut. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das ja hier auch immer wieder eine Stelle, wo man allgemein top rausziehen kann. Also wenn das hier so mit jedem Wurf und dann ist das gewichtsmäßig auch noch groß und gut, wenn man hier mit jedem Wurf einen schönen Brocken dran hat, ist das Kohlemäßig sensationell. So soll das sein. Es war die ganze Zeit eigentlich von der Frequenz her nicht schlecht. Können wir mal eben kurz nach Gewicht sortieren. Aber man sieht, es sind eben auch ungefähr 50 Prozent, wobei hier war auch ein bisschen was in der Nacht dabei und ein bisschen Kühler testen. Also ein Großteil ist hier immer noch unmaßig und unbrauchbar sozusagen. Und das war aber im größeren Teil, war das eben weiter oben. Also in dem Bereich von dem Stein da ungefähr, da stand ich die ganze Zeit und habe dann hier runtergeworfen. Und das war dann die ganze Zeit nicht so geil. Und als ich jetzt eben hier unten angekommen bin, also hier in dem Bereich, wo man tatsächlich fast hier auf der Linie langzieht, also wirklich in diesem Grenzbereich dann treiben lassen. Die Strömung kommt halt hier runter, wird halt hier dann erfasst von der Strömung und dann treiben die Köder eben auch so rüber. So leichte Intervalle, so kurze Drehungen. Da hat das wirklich gut hier geklappt. Also war gar nicht verkehrt bisher. Und wie gesagt auch größenmäßig. Oder einfach mal rauswerfen. Rauswerfen, ein bisschen treiben lassen, ein bisschen ziehen lassen und dann erst reingehen. Zack. Manchmal beißt dann halt beim Auswerfen schon oder beim Treiben lassen schon einer drauf. Da kommt man gar nicht mehr dazu, dass man da noch ins Gieren geht. Kann man gucken. Genau, 100 Geschwindigkeit 50 habe ich jetzt hier gerade. Zack. Und der nächste. 100 Geschwindigkeit 50. Mit Shift. Ich glaube, sonst kommt man auch gar nicht ins Gieren rein. Und die nächste. Guck mal, die Ostsibirischen hier. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Liegt natürlich 100%ig da dran, dass ich auch gerade plus 5 auf Esche anhabe. Bonus, Alter. Einfach eine ganz deutlich erhöhte Chance auf Esche. Wobei das ja die europäische Esche ist. Aber wirkt sich anscheinend auch auf die Ostsibirische Esche aus. 100%. So, gucken wir mal eben. Zack. Next. Joa. Lübt. Also, ich bin komplett zufrieden schon hier. Was ich natürlich noch testen will und muss, sind andere Köder. Also, Topwater funktioniert. Und dann würde ich sagen, wechsle ich jetzt gleich nochmal ein bisschen die Spinner durch. Teste dann hier die Spinner. Und wenn da ein bisschen was geht, schalten wir da dann einfach direkt wieder ein. Ob sich das dann auch mit den Spinnern lohnt. Was haben wir jetzt hier noch dran? Oh. Eine Bafo. Ja, sehr schön. Gutes Gewicht. 1,5er Bafo. Schmeckt natürlich auch. Okay, ich würde sagen, ich wechsle mal ein bisschen ein paar Spinner durch. Und dann gucken wir, welcher von denen funktioniert. Und zack. Endlich wieder ein Fisch. Auch wenn es nur ein kleiner ist. Aber das ist ja krass. Absolut mies. Absolut mies auf Spinner. Alles rumprobiert. Alte Spinner, neue Snowflakes, Dragonfly und was nicht alles. Alkilla getestet. Verschiedenste Farben. Spiker und, und, und. Vibra. Und alles madig. Alles räudig. Wenn du einen Spinner kennst, der gerade gut funktioniert, gerne unten reinschreiben. Unten in die Kommentare. Damit da auch andere halt von profitieren. Das wäre halt super geil. Ich werde das auch auf jeden Fall testen hier. Das ist ja krass. Würde ja bedeuten, wenn man noch nicht Topwater kann, hat man gerade keine Chance hier an dem Spot. Das ist ja ein Ding, ey. Das ist ja ein Ding. Wobbler habe ich so. Ja doch, Wobbler. Kleine Wobbler. Terminator habe ich auch mit reingeschmissen. War auch nicht der Burner. Also schwierig gerade. Ich werfe mal weiter da so hin. Und dann ziehen wir mal wieder rein. Ich ziehe mal so locker durch. Mal gucken, ob das gut geht. Ja, also ganz, ganz wild. Aber offensichtlich scheint gerade der Topwater, der Dunkelbraune wieder zu führen. Ganz, ganz gutes Ding. Was halt immer wieder super funktioniert. Absoluter Klassiker. Was ich jetzt natürlich für die Abendstunden einfach nochmal testen werde, ist mit dickeren Haken dran zu gehen. So, Haken direkt mal eine Stufe größer gewählt. Das heißt, wir haben jetzt hier sechser Haken dran. Vorher waren es achter. Ich ziehe nochmal ein bisschen schneller durch. Jetzt müssen wir auch ein bisschen mehr. Der hat halt mehr Gewicht jetzt dadurch. Und das merkt man auch direkt. Gerade beim Ultraleitangeln sind so ein paar Grammunterschied direkt spürbar. Das heißt jetzt hier deutlich schneller und ein bisschen länger durchkurbeln. Aber da ist auch schon was dran. Sehr schön. Sehr schön. Bäm. Arktische Esche. Da geht aber noch ein bisschen was. Aber Hauptsache, der Zielfisch ist wieder drauf. Das wollen wir. Ja, aber ganz krass. Ganz, 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 ganz krass. Das ist das mit ganz vielen. Und ich habe echt vieles getestet. Zwei, drei Würfe. Sofort der Wechsel. Immer wieder. Weil es muss ja eigentlich funktionieren. Mit jedem. Mit jedem Wurf sollte da was gehen. Zumindest jedem zweiten. Und wenn da dann quasi gar nichts geht. In egal welchen Richtung. Da teste ich auch gar nicht lange. Wenn halt nichts reinballert. Sofort der Wechsel. Knallhart der Wechsel. Sonst macht das keinen Sinn. So. Jetzt nochmal schön durchziehen hier. Wir gucken auf jeden Fall gleich nochmal in den Kescher rein. Ich bin auch übelst gespannt. Das war ja in der Vergangenheit immer hier eine der Stellen, wo man richtig, richtig gut Kohle machen konnte. Gerade mit diesen arktischen Eschen auch. Beziehungsweise, ja eigentlich in Gänze, Buckellachs und Lenok und so. Bringt ja auch immer ganz gut Kohle. Von daher nehme ich die natürlich auch immer wieder gerne mit. So. Jetzt lasse ich nochmal ein bisschen treiben. Bis da vorne quasi in die andere Strömung. Und dann, zack, ziehen wir da mal rein. Und was mir aufgefallen ist, eine Stelle, also wenn man hier an diesen Steinen steht. Und dann so grob, sagen wir mal, da hinten ungefähr hinwirft. Und zu der äußeren, zu dem äußeren Nadelbaum da hinten. So in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob da vorne, hier so mittig in dem Bereich, ob da so eine Stelle, so ein Spawn irgendwie ist. Das hat aber immer ganz gut funktioniert. Ich teste jetzt gerade nochmal. So, genau so. Genau so. Und dann von da aus durchziehen. Das war eigentlich mal ganz gut. Ist natürlich jetzt die Frage, muss ich jetzt ein anderes Gewicht testen, eine andere Geschwindigkeit testen, weil ich ein anderes Gewicht dran habe. Das muss ich gleich nochmal ein bisschen rumprobieren. Aber wie gesagt, im Grund, zack, da geht noch schnell einer rein, ey. Eine kleine Bafo beim Durchziehen. Ich werfe nochmal da hin, mach mal ein bisschen langsamer. Gehen wir mal auf 40 nur runter. Und man kommt ja doch, aufs Gieren kommt man auch, ins Gieren rein. Aber nicht so gut. Aber nicht so gut. Ja, nachts dann, also durchaus auch nachts weitermachen. Es ist ja häufig so, dass gesagt wird, ja nachts geht nichts. Nachts gehen dann die Bachforellen. Bachforellen gehen ran. Zack. Also die kann man auch durchaus weiter, da kann man sich einfach hier hinstellen. Man kann natürlich auch dann irgendwie auf Grund gehen, wenn man da Bock drauf hat. Aber wenn man eine Chance hat, hier auch schöne Forellen zu fangen, warum nicht? Ich würde sagen, wir gucken mal eben in den Kescher rein. Ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen durch, bis es so leicht ins Dunkle geht. Dann reicht es auch so langsam für heute. Und dann schauen wir mal, was das Ganze gebracht hat. Und so, also gucken wir mal eben rein. Ich musste natürlich hier am Anlegergrad nochmal schnell ein bisschen testen. Natürlich ballert mir da erstmal ein Hecht rein. Zack, sofort die Finger davon gelassen. Nicht, dass mir ja auch noch mein guter Köder weggefressen wird. 400 noch was Ocken. Schmeckt. Am meisten ballert da natürlich dann rein. Ja, Lenok, Bafo, Buckellachs. Aber wie gesagt, auch die Eschen im Kilo-Bereich natürlich sensationell. Um die 30 Silber hier schon, 20 Silber, 15 Silber. Das ist natürlich richtig, richtig, richtig gut. Und so ergibt sich dann natürlich auch jetzt hier in gut einer Stunde. Ja, 400 noch was, 460 Silber. Schmeckt absolut. Kann man sich wirklich sehen lassen. Das Gute ist, wenn man diese Stelle jetzt hat, an dieser einen Stelle kann man eben richtig durchziehen. Man hat quasi jetzt diese Phase des Testens ja gar nicht mehr. Ihr könnt direkt in die Vollen gehen. Also, Kratching, Alten. Wenn ihr noch ein bisschen Bock habt auf Spinning, ab hier zum Seitenarm und rausziehen auf Topwater. Schön skillen und Kohle machen. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 20 Uhr.